Jau Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin euer CopaGamerTV und heute mit Angry Bird. Das lief doch schon mal gut, Leute. Oha. Oh. 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 Und wir haben es geschafft, Leute. Wunderbar. Oh. 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 So, aber weil es so schön war, machen wir es sofort nochmal. Und wir haben es geschafft. Wunderbar. Boah, ich habe jetzt so gedacht, dass ich es nochmal machen müsste. Auch geschafft, Leute. Was geht denn hier ab? Boah, ich habe jetzt hier. 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 Nein! Das darf doch nicht so wahr sein, Leute, habt ihr das gesehen? Und wir haben es dann noch geschafft, Leute, wir haben es noch geschafft, es war aber knapp, ganz knapp, sehr viel TNT, das heißt, es sollte Spaß geben. Ich glaube es nicht, ganz da hinten ist noch einer. Und dran vorbei, nein, nein Leute, das darf nicht wahr sein. Oh. Und wir haben es geschafft. Ich glaube es nicht, ich glaube es nicht, nein, wunderbar. Das ist auch ein Angler. Ist das echt ein Angler? Ja. 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 Oh, das war der letzte. Ah, das ging aber besser hin. Ich hatte mal. Wohl auch nicht. Und wir haben es geschafft. Wunderbar. Was ist das denn? Wunderbar. und zwei leben noch ich glaube es nicht so da warten wir jetzt erstmal bis das andere auch unten ist dann machen wir es gemeinsam hier haben sie sich was einfallen lassen und leben ich glaube es nicht ich glaube es nicht dass sie noch leben nicht sieben noch Und wir haben es geschafft, nach dem zweiten, dritten Versuch Und wir haben es geschafft, Leute. Woa, woa, woa. Woa, woa. Woa, woa. Woa, woa. Woa, woa. Woa. Ach, schade. Na ja, Leute, das war es erstmal mit einem Video, ich werde aber später nochmal weitermachen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, wenn ihr andere Vorschläge habt oder sonst was, schreibt es in den Kommentaren, ich bin für euch da. Bis später.